Musik 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 So hier Lege ich hier hin Bau's halt gleich drauf Ne das Feuerplace geht nicht Bist direkt vor dir Zeigts mir gar nicht an dass ich da was machen kann Na da Ja was soll ich machen wenn das mir nicht anzeigt Du stehst im Feuer Ich nicht Ne Ne Rico Lauf mal nur mal außen rum Sollen dann bauen wir Hier noch eins her oder Hier noch eins her oder Und von da hinten eh nicht noch So Geht mich mal zu den Zelten Ich kanns auch ohne Steine übrigens machen I've started the fire Ja warte ich mach aber Steine rein Jetzt Ja klar ich habe auch nur ein Holz Kai tust du schon angeln? Genau Genau wir brauchen was zu essen Mhm Kai Ja Kannst du schon angeln? Nein ich sitze da Ja Warum angelst du noch nicht? Wir brauchen Essen wir sind hungrig Ab in die Küche Ist echt so Ja So ist das grüne so abseits Oder ist das wegen dem See so Das wegen dem See so Ich versuche jetzt mal hier zu angeln Wo tust du angeln? Ganz vorne oder? Hey der angelt gar nicht Der loodet wahrscheinlich unsere Zelte oder so Dann lockt er sich aus Das ist schon längst weg Ja So eine Trampe die da steht ey So ein Pappmännchen Wo ist mein Morphin? Den hat er schon klaut Ich bewege mich die ganze Zeit und zieh mein Ding aus dem Wasser Mein Ding aus dem Wasser Ja Egal mal was Keine Animationen mehr bei mir Vielleicht nicht? Nein Ja da mit der AK rein bollern Dann krieg ich mir auch nen Fisch Guck mal Radell drauf gehen Aber jetzt sieht man die ganzen Lichter eigentlich von hier aus So gut Schaut geil aus Nur das ist der Berg Wenn der mal durchgehend leuchten würde Bei mir leuchtet er durchgehend Ja wenn du weiter weg bist dann nicht mehr Hm So weit weg bin ich jetzt auch nicht von euch Hast du schon was gefangen? Der nicht Angler Ich magle kann doch unglaublich Ich krieg halt irgendwie auch nix raus Wenn wir ab da dann Weil ich immer bewege irgendwie und dann geht gar nichts Ah You have moved and pulled the bait out of the water Kai, tust du echt nicht angeln? Doch, jetzt angelt er Ja, ich mach immer hier rein, raus, rein, raus Sicher, dass du angelst Ich verschließe mich schon mal in mein Zelt Spielst du wahrscheinlich wieder mit deinem Aal Was, du gehst ins Zelt? Warte, ich komm auch mit meinem Wenn du schläfst, passt man nicht alleine auf Mit Sicherheit nicht Dann hat er plötzlich einen Aal gefangen Wann ist das hier eng? So für dich Scheiße Boah, nee Ich geh in das Zelt Geh raus aus meinem Zelt Juhu, oh Gott Ich freu mich später auf dich Ich glaub, hier gibt's keine Fische Ich glaub, die schlafen schon Steht bei dir auch immer Ja, I sense no movement, neither bait Kai? Ja Du sitzt im Zelt wieder Achso Wir brauchen Essen Du wolltest die ganze Zeit angeln, irgendwas fangen Ja, teuer Ich fange nix So langsam werde ich hungrig Ja, ist alles tot Alles tot hier Ich geb mein Bestes, aber Nee, an der Stelle krieg ich nix Ah, warte noch Hau doch nicht ab Ich glaub damit Nein, ich will weg Lass mich doch Au, ich hab'n Moby Dick gefangen Wow Die rustikale Art und Weise Und ner Finger Können wir aufhören, ich muss hier Fische angeln Ballern da rum, weißt du, und ich geb hier alles für die Familie Kann ich mal hier keine Hand nehmen? Nö Ja, wisst ihr was, Leute? Unglaublich Ah Jetzt gibt's Dosenfraß Genau Oh, gehen wir nicht anders Von Flaschi Ne, ich hab's Essen hat er mal dabei Aber die Angeln hat's auch nicht Ich hab hier sich in den Ofen geschmissen Wer schießt mit meiner AK rum? Oho Ich nicht Alter Her damit Alter, ich hab mega leck Gerade Wo ist denn jetzt hier AK? Weißt es nicht Alter, Spaß auf Weihnachten Kines Essen ist auf dem Grill Ich hab's da nicht Ich werd hier niemals anpacken Ey, jetzt komm'n gut raus hier Alter, ich hab'n 500er Pink Da fuk'n Essen ist trotzdem auf dem Grill Alter, wo ist meine scheiß AK jetzt hin? Ihr seid voll die Stimmungsvermesser Gibt mir meine AK Ich hab'n Wie cool Läuft er mit der AK vorbei? Ja, da steht Gib mir meine AK Gibt mir die los Gibt mir die los Aber was braucht man die? Guck mal, ob das Kind Wer ist das hier im Barfuß? Essen ist da umgrillt Essen ist da umgrillt Gibt mir die Flügel was hier an? Ja Machen wir aber Alter, was geht mit meinem Pinker? Ich hab' dir das alles ins Feuer getan Habt ihr das alles ins Feuer getan? Ja Wie ist man das jetzt? Ich mein' Muss halt rausnehmen Und? Verbrannt man das jetzt? Nö 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 Da steht ja einer im Flamm Ich sollte halt warten bis es fertig ist Kann nur Inspekt machen Muss halt rausnehmen Ne Bananen Oh Gott Sobald ihr irgendwas draufschmeißt Wird's voll dunkel Einer Bock auf warmes Freit Bin aus dem Spiel raus getappt aus wie sie sehen Aus Versehen Ja Ne Banane Kai jetzt geh mal angeln Tu was für die Familie Naja die Angel ist doch ein Zelt Ja der hol sie halt raus Der eine zappelt bei mir da hinten wie ein Wilder Da hab ich jetzt immer noch so einen Assuping Was ist so cool? Oh Manu und Mungo sind da vom DH-Clown Ja Wollen sich ja mitgrillen Bestimmt dann können sie doch Bestimmt dann können sie doch Wollen sich ja mitgrillen Wollen sich ja mitgrillen Ne echt nicht Ne echt nicht Das hängt mal ab hier was für Weihnachten ist Wenn da das Kind zur Welt kommt vorne raus wie bei den Frauen könnte es richtig schmerzhaft werden Ja wird eng Ja 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 Machbar Das Essen wird irgendwie nicht so wirklich fertig Ja ich ess jetzt auch mal Jokina lass es euch schmecken Und die ersten Bären-Modelle sind ja schon raus, ne? Mhm. Ich würd sagen, jeder erzählt jetzt an einen Schwank aus seiner Jugend. Och ne, lass mal, ey, da kommen wir noch ins Gefängnis heute. Sinn der Sache. Ne, lass mal. Warte mal, wenn ich jetzt meinen Finger nehme, warte, geh mal weg, da reinschiebe. Ohohoho. Ja. Na, sag mal. Sieht aus meiner Perspektive absolut gut aus. Zieh mal dran. Zieh mal dran, ne? Ey, hock dich mal. Hockt sich mal einer genau gegenüber von mir. Ja, warte, ich ess grad. So. Dann mach du deinen Kopf mal nach rechts oder links. Ja. Geh mal weg da. Geh mal ein Stückchen rüber noch. Oh ja, komm, komm, genau. Komm, trau dich. Was in DayZ passiert bleibt in DayZ. Er ist total einverstanden mit der ganzen Sache. Hey, stopp. Das muss man so ans Zelt gehen vorne. Dann so machen. Geh mal weg. Schön, was die Gesten alles so bringen. Ich geh angeln, ist mir egal, was ihr macht. So wird es natürlich nichts, dass ich was fange. Wisst ihr was, wir machen jetzt nackt baden. Ne. Okay. Zieht euch aus, Kinder. Wir hätten hier ne halbe AK reingeschmissen. Ne halbe? Die ist ganz. Ne, da fehlt der Batzen. Ne, da fehlt die AKM. Ne, da fehlt die AKM. Ne, da fehlt die einfach auch klein. Da ist sie drin. Kannst du mal bitte von meinem Zelt weggehen, bitte? Darf ich mal raus hier? Ich muss doch nur mal Sachen reintun. Ich will keine Massenvergewaltigung. Oh doch. Komm, führt kein Weg dran vorbei. Das Zelt ist nicht gut. Lauter Eikessionen hier. Scheiße, ich bring meinen Rucksack da nicht rein. Hackel ist aus. So, ich schmeiß einfach mal ganze Zeug jetzt dahinter das Zelt. Volle verrückt. Oh. Du bist ein Assi. Ey, der Baum ist echt scheiße ungünstig gefallen, ey. Ungünstig? Beschissen. Sorry. Wollt ihr mit Baden kommen? Mega die Arschaktionen einfach. Jetzt haben wir Arschbombe gemacht. Los ins Wasser mit dir. Los. Ja, okay. Und weg. Ja, wahrscheinlich. Da geht Flashy baden, wie seine Karriere. Ja. Wollt ihr nicht mit mir schwimmen kommen? Ne. Bisschen See-Ale und so. Ne, ein See-Ale reicht, wenn er drin ist. Außer dem, dein braunen See-Ale will keiner. Geh baden. Kann man nur wie ein Baum so fällen. Ich krabbel am Boden. Lass abbauen. Schnell. Lass alle abbauen. Verrückt. Na, landet das. Oh nein. Nein. Das Loch von Daisy ist wieder da. Kommt ihr zurück? Was? 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 Was ist das? Was? Was? Aber sofort. Ich dachte jetzt ist hier Feierabend oder jetzt ist hier Benedikt da und Tarkan. Oh, und Mungo. Das ist ja entgeiles Versteck hier. Ja, ne? Entgeil, voll das Versteck. Ja. Dörf ich mal in den Baum reinbratzen? Tum, echt leid mit dem Baum. aber jetzt leuchtet wenigstens der ganze baum ja das stimmt baum in schlamm riechquellenvergrößerung nennt man so etwas dann hat er denn einer weg darf ich mal schießen nein darfst du nicht ja was treiben sie denn im zelt ja chillt da drin im zelt das sieht krank aus von hinten mit der beleuchtung im gesicht nur unter den augen so ein bisschen ich hab die sks irgendwie aus dem zelt getan jetzt finde ich ihn nicht mehr komm doch mal hier hin zum zelt ich will davon ein screenshot machen ja ich bin da wo ist meine sks da vorm zelt liegt sie wer hat mein ganzes zeug raus ihr banditen ich glaube das würde euch mal auffallen wenn jetzt hier ein fremder spieler hinkommt da reingeht was rausnimmt und will weggehen ja kriege ich vielleicht auch mal ganze zeug irgendwann noch vielleicht war mein zeug wieder soll ich war am falschen ich glaube ich glaube es steht gleich dort du bist tot jeder fragt sich was ist passiert ja ich werde jetzt auch nicht verdünnelisieren kannst du doch nicht tun sind wir gerade so eine schöne runde geschwommen beziehungsweise ich weil ihr so pfeifen seid nicht jeder mit einem ausspielen ja gut dann kannst du das schlusswort gleich übernehmen alter es war voll mega knapp wasser knapp der schuss echt alter hört mal auf hab Angst um mein leben zurück in mein zelt was dann nicht mal zeit nützlich nutzen wegen gehören die sachen denn in mein zelt keine ahnung also leute zeit zum zampacken mein zelt ist wieder zampack wenn ich meine sks finden würde wäre das anders hast du immer noch nicht gefunden ich habe dir noch gesagt brussel war also ich habe sie vor allem mal gefunden wegen gehören die longhorn ähm kai oder die longhorn war deine ja dieser scheiß baum hier ist sie wo ich stehe willst du die nicht mehr echt find ich find dich gerade nicht alter irgendwann wird noch mal eine aus der singe getroffen ja warte ich nehme mal die sachen aus dem zelt raus wo bist du liegt jetzt hier im baum da wo siehst du mich ja das steht da vor dir ja da ah wir haben gerade die munitionskiste meine gewesen hier ist noch die angel nehmen die auch noch mit ja das sind noch wurmer will jetzt keiner die angel nehmen oder was ne die angel brauchen meine ich echt mal ne ich nehme es ja mal mit vielleicht könnte man damit noch was lustiges anstellen wollen wir das einfach hier so brennen lassen alter ja das ragerfeuer ja aber ich guck mal ob ich mein knick vielleicht wieder mitnehme nicht wie gesagt kai du musst jetzt das schlusswort übernehmen warum muss ich das schlusswort übernehmen gibt es da irgendeinen speziellen grund für ey irgendwann wird hier noch einer sterben ey wir werden gleich von irgendeinem beschossen weißt du und ach ja keiner checkt es keiner checkt es so ach ja naja Riku wird er unterwegs oder so wenn wir hier bei euch einfach nur ein ultra schlechter Schütze ist er halt aber wirklich ich mein der 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 feindliche der uns dann beschießt ach so wenn wir denken dass es Riku ist dann ist es wirklich ein schlechter Schütze ich nehme mir noch so ein Knicklicht hier mit ey oder aus der Sicht nehme ich mir auch noch eins mit na ok jetzt bauen wir wieder zusammen alles was wir so mühsam aufgebaut haben ja den Müll nehmen wir wieder mit ach lass doch die ne dich lassen wir da wie bitte dich lassen wir da sag ich kann ja wohl nicht wahr sein na doch das vertreten lassen boah wie dunkel es halt echt plötzlich wird ja ne wer klaut mir eigentlich hier die ganzen Knicklichter weg ich nicht noch hier am Lagerfeuer dann ist er der verfolgt uns ja der hat uns auf Steam geeditet und joint jetzt immer hinterher da kannst du mal aufhören das grüne Licht will jetzt keiner mitnehmen auf der anderen Seite wenn es keiner will nehme ich es ich fertig ne ich habe jetzt vier Stück wieder dabei ja dann nehme ich das noch mit hier dann haben wir wieder genug für später irgendwann mal ja eben so Kai jetzt übernehme das Schlusswort mir ist schein egal ob du willst oder nicht was soll ich denn erzählen was ein Spind aus meiner Jugend oder was ja was ist Schlusswort eine Verabschiedung ich werde einfach scheiße und tschüss und tschüss tschüss mein Spaß mein Spaß ja vielleicht sieht die Erde gebührt dir wie immer kann man ein Fireplace irgendwie mitnehmen oder muss man einfach nur die Stock mitnehmen und die Steine kannst du raufbrunzen dann geht es aus ich pulle da drauf tschüss in Kombination mit Wasser setzen ich finde es hier nicht einmal ne wenn du glaube ich einfach die Stöcke raus ziehst es aus ja ja da ist noch Essen drauf Leute wenn ich ne auf jeden Fall wie gesagt wir beenden jetzt halt hier haben ja schon wieder alles zusammenbaut ich denke das war mal ganz interessant sowas naja ob es interessant war oder nicht ist da hingestellt aber wir wollten es mal machen eben ist halt mal was anderes als so wie das Standard von A nach B zu laufen über C nach D ja außerdem cool dass Kai immer wieder dabei war der irgendwie mehr Zeit hat und dann würde ich sagen sehen wir uns sorry ja ich habe ja bald einen Laptop und dann geht es rund na eben dann wird er vielleicht wieder öfter dabei sein wenn ihr nicht leiden könnt habt ihr halt Pech gehabt müsst ihr es trotzdem ertragen Spaß spaßi spaßi spaß wie gesagt wir sehen uns dann im nächsten Part beziehungsweise morgen beziehungsweise nie beziehungsweise keine Ahnung ach ich weiß nicht was ich erzählen soll ich bin müde merkt man gar nicht fast nicht gell so ne jetzt halt beim Ernst wir beenden den Part wir sehen uns im nächsten bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag haut rein macht es gut und tschüss tschüssi